Hallo ihr Lieben und Willkommen zurück zu World of Warcraft. Jetzt gibt es hier erstmal irgendwie eine Opfergabe, glaube ich. Irgendwie. Wie ging das? Okay, ich sollte doch hier eine Gabe machen. Hier, der Seetang, natürlich. Oh mein Gott. So, bitteschön, lass es dir schmecken. So, hervorragende Opfergabe. Und los, schwimmt sie. Okay, was kriege ich denn? Ich kriege etwas Schönes. Das ist... sehr nett. Das nehme ich doch auch gleich. Was? Schwimmlektionen. Eliminiert sechs Seeschrauber. Na schön, geht schon. Ich war sowieso fertig. Ach halt, du hast auch noch was. Mein Gott. Sammelt zehn Seeminen. Okay, auch das werde ich noch. Aha, am Minenfeld der Venture Company werden sie auf mich warten. Dann wartet ihr mal. Ähm, wo muss ich denn jetzt hin? Da drüben irgendwie. Ja, dann gehen wir mal hier an Land vielleicht. Ähm, ja. Ich muss mir mal einen Überblick verschaffen. Okay, falsche Richtung, ne? Scheiße. Okay. Sheet-Chrom. Dann gib mir mal, gib mir mal ihn hier. Ne, 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 ne. Trippel, trippel, trippel. Und da war jetzt wer? Riffbrecher. Seeminen, warte mal. Damit kann man schwere Gegenstände bewegen. Aha. So, so. Guck mal, das ist unser Schild, Krödi. Hier stehen eine ganze Menge Minen zur Auswahl. Ja. Ja, ja, dachte ich mir. Ah, Riffbrecher da drüben. Dann werden wir uns mal hier von der Seeseite aus ranpirsen. Diese Minen wurden nicht gebaut, um Schildkröten zu erkennen. Wir können sie gefahrlos aufsammeln. Äh, achso. Es gibt nichts anzugreifen. Das ist ja ein Ding. Äh, wo ist denn jetzt hier das Target? Ah, er war am Target. Geht mal weiter. Mit der Kombination aus Eidwins kräftigem Rücken, meiner grandiosen Strategie und eurer Unerschrockenheit, gewinnt man Kriege. So. Das hätten wir geklärt. Ich muss jetzt gerade erst mal überlegen, was ich machen muss. Wie üblich. Äh, was ist denn hier unter mir los? Ach du lieber Gott. Äh, da ist auf jeden Fall eine Kiste. Wo hätten wir die denn? Oben. Da. Eine Vorratskiste. Und, äh, wir kommen hier wo an Bord? Da kommen wir an Bord. Na ja, dann. Tag. Du. Ja. Dachte ich mir. Äh. Können wir mal... Äh. Okay. Äh. Äh. Oh, jetzt kommen sie alle, ne? Jetzt kommen sie ja alle angejambelt. Äh. Der nächste bitte. Boah, ein Aufstand hier. In so einer kleinen Kiste. So, du noch. So, alle um, alle tot. Wunderbar. Gib mir mal das Kistchen hier. Oh, aber 19 Gold. Äh. So. Na dann. Ab ins Wasser. Okay. Was sind die Grünen hier? Ja. Ja. Ist ja gut. Hier, meine Raben können sogar schwimmen. Wer hätte das gedacht? Ach so. Da. Nächste Bombe. Okay. Na komm. Komm, Kind. Mach. Oh, warte, warte, warte. Hier können wir uns ne Fisch. Fischi. Komm her, du. So. Ähm. Ähm. Äh. 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 Okay. Da ist noch einer. Ja, da unten ist auch noch eine Kiste irgendwo. Dann gehen wir mal runter, ne? So, warte mal. Du, du, du. Oh, hab ich dich? Ja, ja. Hab ich ihn im Target, okay. So. Bombe. Wo ist die Kiste? Klein, ach, da hinten sehe ich es, glaube ich. Schwimmen wir doch da mal hin. Ein Buddelschiff. Hatten wir doch schon mal, ne? Finde ich voll süß. Äh, ich brauche aber noch. So, ach so. Ach so. Auch noch. Okay. Noch ein bisschen töten. Hab ich jetzt ne... Ne Krabbe. Ah, ha. Eben, ein Fuchs jetzt. Ne Krabbe. Okay. Du. Hier. Katze. Go. Sehr schön. Haben wir das auch erledigt. Ähm, können wir mal bitte aufsitzen? Ja. Sehr schön. Ach, ihr habt euch ja hier postiert, Freunde. Reitet auf Eidwen und vernichtet die Streitkräfte der Venture Company. Oh, da kriege ich was. Hm. Uh. Uh. Ich glaube, ich möchte die Talia. Okay. Fluppdiwupp. Haltet die Luft an. Äh, Seeminenwurf. Was ist das nach Hause? Ähm, ja. Feuer frei. Ah, okay. Unsere Heldentaten werden in die Annalen der Militärgeschichte eingehen. Das Boot hier auch? Ja, da sind ja welche drauf, ne? Das ist ja ne coole Quest. Voll auf der Schildkröte hier mit Bomben schmeißen. Nice. Finde ich voll super irgendwie gerade. Okay, das hat nicht so viel gebracht. Egal. Voll verwirrt. Ja. Ach, das könnte ich jetzt noch ein bisschen machen hier eigentlich. Und genau deshalb legt man sich nicht mit Schildkröten an. Genau. Man legt sich nicht mit Schildkröten an. Und man legt sie auch nicht auf den Rücken. So. Wo düsen wir jetzt hin? Wieder in die Höhle? Oder? Ne. Irgendwo. Ach, da hinten wieder hin. Okay. Das war lustig. Gildenkiste. Okay. Könnte behalten. Nicht für mich. So. Ein glorreicher Kampf. Und wir haben sogar überlebt. Ja, klar haben wir überlebt. Hast du dir etwa gedacht, es wäre anders, mein Freund? Viel Glück. Versucht nicht zu sterben. Okay. Dann sind wir hier hinten fertig. Das ist ja nice. Oh, warte mal. Böse Brecher. Ah. Toll. Muss ich da jetzt wieder in die Höhle runter? Äh, wo war das jetzt? Unten. Okay. Also doch runter. Ach, hier mit dem Wasserschreiter kann ich gar nicht ab... Ja, okay. Kann ich nicht. Was war das hier eigentlich? Zeichen der Schlacht. Ah, nee. Äh, wo war... Da. Hallo, ich will abgeben. Ich möchte bitte die Quest abgeben. Loroia, nimm mir die Quest ab. Kommt wieder mit besseren Geschichten. Habe ich jetzt irgendwie eine Verbindung verloren? Kann das sein? Äh, wo konnte man das sehen hier? Hier. Nimmst du mir mal bitte die Quest abgeben? Ich habe Sachen gesehen, da wird euch der Panzer wegfliegen. Ah, dankeschön, Wiedersehen. Okay, haben wir das geklärt. Dann können wir jetzt, äh, darüber... Da, 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 da... Unter dem Meer... Ich kann den Text leider nicht. Von Ariel, die Meerjungfrau. Wo die Krabbe singt. Unter dem Meer, unter dem Meer. Lässt sie es gut, was auch immer. Übrigens, ein sehr hübscher Film. Falls ihr ihn nicht kennt, könnt ihr euch ja mal angucken. Ach man, lasst mich einfach hier in Ruhe. Aha, geht weg. Nein, ich will nicht gegen euch kämpfen. Totstellen. Ach. Okay, und lauf. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Jetzt hört auf hinter mir. Ist gut jetzt. So, wo ist denn jetzt? Okay. Geht nicht. Begleiter rufen. Aha. So, alles klar. Ja, tut mir leid. Ich weiß nach wie vor immer nicht, ist der tot oder wo ist der hin? Muss ich erst gucken, wo Tatze wieder rummacht. Raus damit! So, das haben wir auch erledigt. Sehr schön. Okay, ich würde das nehmen. Ach, lieber Gott, was hast du denn alle? Sammelt 20 Harpunen. Der Zedjir an der Küste südlich von Fort Delin. Okay. Findet eine intakte Kanalisierungsroute der Zedjir. Platziert fünf Sprengfallen. Okay. Flut wartet auf niemanden. Wir jagen alles in die Luft. Okay. Tötet näher und bloß nicht nuscheln. Ihr seid ein Reih. Tötet 20 Morlocks. Aha. Nicht alles in der Zedjirn. Ähm, ja. Was soll ich hier machen? Truppenoffizier. Was? Was ist das jetzt hier für eine Quest? Ihr seid ein Hai. Ihr seid ein Hai? Ist direkt hier? Und du leuchtest irgendwie. Ach. Okay, hier, mach mal deinen tollen Zauber. Oh. Okay. Ja, und, äh. Wie soll ich die jetzt töten? Ähm. Kann ich denn? Ich kann nur lenken. Hä? Bricht das Ritual ab? Ah, ich muss nur durch. Okay. Ich muss durchschwimmen. Weil ich ein Hai bin. Kann ich die einfach so, ups, fressen. Was natürlich ein bisschen schwierig... Boah. Schwierig ist. Na? Okay. Das war nicht so günstig. Äh. Ach, jetzt frisst doch auch. Hä? Okay. Boah, da kriege ich ja einen ans Auge hier. Ach, puh. Schwierig, wenn er sich selber bewegt und man nicht genau weiß, was man tun soll, weil man nichts tun kann in der Leiste, ne? Na ja. Haben wir hingekriegt. Wunderbar. Ich habe Sachen gesehen. Da würde euch der Panzer wegfliegen. Da würde mir der Panzer wegfliegen. Da kann ich mein Ölkanister gerade schon wieder wegmachen. Okay. Dann, äh. Oder ich mache das Gefieder jetzt weg. Kommt wieder mit besseren Geschichten. Ja, ich mache das Gefieder weg. Okidoki. Okay, da haben wir einiges an Arbeit jetzt. Oh Mann, auch total schön hier. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber man muss sich ja auch die Gegend mal angucken. Äh, so. Was ist denn hier los? Guck mal, da ist eine Harpone. Und ihr seid hoch und hässlich. Da ist eine Sprengfalle. Okay. Ich gehe mal los. Ihr habt jetzt gerade hier zu tun. Finde ich super. Sprengfalle. Harpone. Ach, heil. Äh, okay. Hallo. Jetzt hat mich die, äh, blöde Harpone hier angepufft, ne? Naja. Jetzt sind hier überall Elite, oder was? Kriegt man die down, oder kriegt man die eher nicht so down? Keine Königin. Seid ihr auch Elite? Nein, ihr seid keine Elite. Okay. Dann kriegt man die wahrscheinlich nicht down, da hinten. Wollte ich ein bisschen vielleicht aufpassen. Okay. Auch ihr mit eurer Azshara. Ihr seid auch lästig wie die Scheißausflügel. So. So. Du. Mhm. 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 Okay. Äh. Ist ein bisschen wenig hier mit, äh, Speeren. Ja. 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 Flung. Fällt alles auseinander hier. Wunderbar. Ah, hier leuchtet was. Okay. So. Von wo habe ich Agro? Achso, hier. Ach, komm. Geh da hin, Mensch. Geh nervt. Es ist ja furchtbar. Kannst doch nicht überall hängen bleiben, immer. Achso, weg damit. Äh. Okay. Ah, da ist ein Speer. Okay. Äh, hier, zünden wir das mal. Alles klar. Ich zünde das hier immer nicht so gern, die Stampede, weil, ähm, die so unglaublich lange Abklingzeit hat. Ich gebe mir das immer ganz gerne auf. Für, vielleicht etwas stärkere Gegner, ne? Ihr versteht. So. Wir verschaffen uns einen Überblick. Und der möchte ich mich jetzt nicht unbedingt anlegen. Äh. Für Königin Asshara! So, warte. Ach, das war so ein Speer. Achso. Geh weg, geh tot. Ich mag dich nicht. Okay. Ach, da sind meine Harpunen. Ähm. Warte. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Wir schaffen das hier. Ich bin nur gerade ein bisschen verwirrt. Ich hab auch ein bisschen Angst da vor dem Dicken, da rechts irgendwo neben mir, ne? Ich hoffe, der lässt mich ein bisschen hier in Frieden. Okay. 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 So, da brauche ich dann noch zwei. Die hätte ich hoffe ich gleich voll, wenn ich mich wiederholen könnte. Die See möge euch verschringen. Sehr schön. Jetzt brauchen wir noch diese komische Route und noch Sprengfallen. Alles klar. Äh, ja, 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 ja. Da ist der Waffenständer, der ist nicht so super interessant. Okay. Meine Königin, ich habe versagt. Ah, das hier am Strand immer... Ach, die hier, die Molox-Viecher. Das hier am Strand immer so viel los sein muss. Ey, ja, wenn nicht so blöd hier rum, Mädchen. So, davon brauche ich noch zwei. Hier stehe ich doch ganz günstig. Meine Königin, ich habe versagt. So, warte mal. Äh, da ist auf jeden Fall eine Sprengfalle. Oh, ich will da nicht durch, ey. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Habe ich schon, warte mal, gesagt? Ich versuche es mal von der Seeseite aus. Ich will ja jetzt hier nicht alles umprügeln müssen. Was ist das für eine Insel? Die ist ja hübsch. Okay. Nicht ablenken lassen jetzt, ja? So, Ladies. Stört euch nicht, ne? Okay, aber ich brauche auch noch diese doofe Route. Aber jetzt will ich erst mal gerade gucken, dass wir... ...die Bomben fertig kriegen. Okay, hier sehe ich keine. Da ist eine. Ah, Akku. Nein, 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 nein. Nein. Geht alle weg. Geht alle von mir. Ich nehme mal die hier. Kommen die aus dem Wasser? Oh, what the fuck? Wann die denn? Habt ihr denn das gesehen? Die haben mich hier, äh, bösartig beworfen haben, die Milch mit irgendwas? So, Bomben haben wir auf jeden Fall fertig. Das ist schön. Dann holen wir uns die Weiber hier. Was ist mit eurer blöden Route? Macht es mir doch nicht so schwer. Ja, die Kerle haben keiner, nein. Okay. Da haben wir sie. Dicke Zeiten, Lord. So, so. Okay, wir haben sehen. Wunderbar. Ja, wie komme ich da jetzt am besten wieder rein? Ich habe keine Ahnung gerade. Oh, was ist mit... Mein Wasserschreiter ist immer kaputt. Mann. Wo war denn hier mal der Aufgang? Ja, da bin ich runtergehüpft. Das weiß ich. Ah. Von da hinten? Im Ernst? Einmal um die ganze fucking Insel rum? Naja, wir können es ja mal versuchen. Dann machen wir halt hier einen kleinen Strandausflug. Gott, ich bin schon wieder 26 Minuten dabei. Oh, wei, ey. Also, im Moment. Vergeht die Zeit beim Aufnehmen hier echt schnell? Ja. Ja. Äh, so. Ah. Da. Das sieht aus, als wenn ich da durch könnte. Was machst du hier? Oh, hängt das jetzt vorhin. So. Lasst mich durch. Wir haben genug gespielt. Ich will nicht mehr. Ich möchte jetzt hier zu meinem Fragezeichen, wenn es möglich wäre. Wo bin ich hier hin geraten? Nein. Wo bin ich denn jetzt schon wieder hin geraten? Das fand ich gut. Und die Stelle ist, äh, taktisch unklug hier. Was mache ich denn jetzt? Die fressen mich doch hier gleich auf, ey. Egal. Lauf. Lauf. Ach, komm schon, Maiti. Nee. Hier, könnt ihr mal helfen, bitte? Ich will mich doch hier nicht mit dem Kleinkram dauernd rumärgern. Oh, Tatze. Macht aber da Spielereien. Tatze, bist du hinter mir? Sonst schmeiße ich dich kurz raus. Ich glaube, er ist hinter mir, ne? Oh, ihr lebt aber hier echt gefährlich. Mein Gott. Gar nicht so einfach. So, alles Klärchen. Wir haben alles erledigt. Wunder Bärchen. Nee, Schild durchbohren. Ich treffe irgendwie immer die Buttons hier nicht. Oh, der hat noch mehr, natürlich. Tötet drei Kanalisierer der Naga. Tötet 15 der Naga Eindringlinge am Abendflutdelta. Sieht was auf. Ich spüre es in den Knochen. Okay. Das ist dann hier drüben, oder wie? Na gut, na gut, ihr Lieben. Ich werde jetzt die Folge beenden. Wir machen weiter beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen hoch, nicht vergessen. Und bis dahin. Eure Trin. Bis dann. Vielen Dank.